hallo freunde der gepflegten halten heute ist wieder soweit apex legends wird man schön entfällt schönes gameplay sagt die erste 15 minuten waren sehr im sprechen wir nicht drüber aber dafür hat der entfällt entschädigt viel spaß beim video viel spaß beim ansehen lassen kommentar lassen daumen nach oben oder unten da lasst wie gesagt irgendwas da und ich würde sagen ab mit dem video lege ein zahn zu laden meine schilder ich schicke meinen köder stehe schon am eingang 90 hat er gefressen links die von hinten auf die presse wir müssen raus rechts oben links nicht drüben rechts 44 klinge gefressen müssen wir jetzt geben nicht mehr da drüben ist ein offener gegen rauch ich will doch mal lassen gehen drüben am haus wir sind im nächsten ring hier rechts aber, oder? das wisst ihr jetzt ist einer ja ja zwei zwei hinterm an dena einer down beide down oh da ging ein snapperschuss knapp an mir vorbei kommt ihr da? hier, bleib wieder, bleib wieder, sind wir da? ich habe hier ein Marvel-Sinus, Feinde direkt hier, wieder einer ausgeschaltet, das war der komplette Sport, alle raus aus dem Kamin, alles wird gut, ich hab dich, ich brauche leichte Muni erst mal, hier ist er, hat den Übels angehittet, läuft gelangt, nehmt den Siebel, geht es auch noch? ja, komm, ich hatte mich halt nicht hochheben können in der Zeit, deswegen und das Spiel geht weiter! ich war hochgehillt und trotzdem, ich hab's recht, ein dingzellig gekriegt, ein Party, wenn ich hochgehillt gewesen wäre, hab die Übels reingeklatscht, ich hab keine Muni hier, das ist eben die Kotze, wir haben Glück, wir sind für welcher? ja, das gut, jetzt habe ich leichte, oh ich bräuchte halt immer ein besseres Schild, also die ganze Zeit hier mit, ok das Team hast du Phoenix-Kit? ich weiß nur noch, ich weiß noch, wo eins lag und unten in dem Ding da ist noch eins drinnen ja, hab grad in da gescannt so, äh, bloody jawohl, endlich mal leichte Muni hier, bin sofort da schön die Drohne gepinkt, dass ich die jetzt die ganze Zeit sehe haha, ist das gut so, jetzt kann man äh, die Drohne kaputt gemacht ach ne, die machen Dings sind die im Haus, oder wo sind die dahinter? dahinter! ach komm, er hat nie gereicht einer holt rechts Sniper da läuft einer einer über 100 gefressen hintergranate hintergranate unterwegs im Haus unten drinnen ist einer einer down bei mir ist einer einer hier links oh, ich hab gar nicht mehr gefressen denn er hat gesprungen auf dich, Carly noch einer inquisieren nach auf den links oben drauf die sind hinter uns ja sind so schick gebrochen beim passierecht oder was das ist da und da und da und rechts im haus im haum muss kacke zwei sekunden bin ich wieder da ich hab's abgelenkt ja ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt war ein schöner endkampf erfolg auf unserer seite diesmal und ja würde ich sagen bis zum nächsten video oh oh Vielen Dank.